Hallo und willkommen zurück auf dem Timesquare. Fack, 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 wieso kann er jetzt da keinen Punkt setzen? Das ist doch eh hier vorne. Geradeaus einfach. So. Ja. Ich hoffe mir zu genau hängeschaut. Mein Punkt ist auch weg, aber das ist hier dann links. Hier in dem Gebäude muss das sein. Oberste Priorität ist, den Trafo am Timesquare zu reparieren, bevor der Strom im ganzen Bezirk ausfällt. Aber ich kann sie durch die Reparatur führen. Oh, unser Kollege ist doch tot. Wer hier denn? So. Nee, der Schilder. Quatsch, der ruht hinaus. Wir müssen den Strom manuell abschalten. Und mit wir meine ich Sie. Ich weiß, es ist kontraintuitiv, aber Sie müssen mir vertrauen. Hä? Wir Agenten finden und Schwierigkeitsstufe festlegen. Muss man aber nicht. Man kann doch hier einfach runter. Die Mission ist doch schon gestartet. Hui. Das geht doch nicht. Oh, jetzt habe ich eine Dose geöffnet. Und wenigstens mal wieder fordern dagegen ein bisschen. Au, 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 au. Das stimmt. Da ist auch noch ab. Ach Gott, die Feiglinge. Mein Gott. Oh, au, 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 au. Ich tinder dir. Ja. Ich dachte, da kommt nicht so viel. Jetzt habe ich doch mal das Geschütz hin. Au, fuck. Wo schießt sie es überall? Ich tinder dir. Sicher hätte teilweise kommen. Komm. Hm. Huff. Rider. Die Rykers ausschalten. Ja. Die Ryder. Ryker. Captain Ryker. Das ist doch ein paar Dreck. Ja. Ja. Stimmt. Schole. Drum. Nur den Schalter umlegen. Das reicht völlig. Ach so. Hm. Ja, alles klar. Hm. Komisch. Der Strom ist weg. Jetzt können sie an dem Trafo arbeiten, ohne geröstet zu werden. Tut mir leid, Rhodes. Ich muss den Einsatz umleiten. Als wir noch ein Bild hatten, konnte ich die Leichen in dem Raum als Division-Agenten identifizieren. Alles andere muss warten, bis wir herausgefunden haben, was passiert ist. Du hast es nicht bezahlt. Du bist einfach drüber gesprungen. Oh, falsche. Sie laufen also quasi mit einer T-Scheibe auf dem Rücken herum. Mit einer T-Scheibe auf dem Rücken muss er aber kommen. Hier ist auch Munition, glaube ich, in dem Haus. Oh, ich habe nämlich schon die Hälfte von Ballern. Wie komme ich da rein? Oh, ne, das ist nur ein Rucksack. Ach, ich bin da rein. Flatsch. Ja. Hä? Ja, da ist schon noch. Die an, er da mal. Vor uns war der da. Was? Vor uns war der. HC. Oh, er schießt voll durch, die Sau. Knapp geht um mir wieder draußen. Oh, da kommen aber eigentlich noch. Digger. Er macht ein Geschütz kaputt. Jetzt hat er es kaputt. Nein. Hä? Hier ist Munition rechts von mir. Aber. Boah. 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 Und hat sich ein bisschen aufblasen. 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 und da ist ja meine Arbeit auch irgendwie wichtig, hm? Aber vielleicht, äh, bist du gelernter, ungelernter Hausmeister im Lebenberuf. Ja, schon wieder fahren wir da vorne. Ja. Ja. Das heißt, die Ersatzteile, also auf der Sicherungskasten, sind noch in dem Wagen. Ich kenn den ungefähren Standort. Also wenn sie endlich Zeit hätten. Ja, er kann natürlich davor über drü- oben drüber schießen. Was? Irgendwas aufwendig machen? Waren Gate Van. Ah, der ist schon wieder irgendwo da. Da, rechts. Äh, links. Oh, ich nehm immer die falsche. Jetzt hab ich die geheilt. Au, 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 au. Jetzt ist der Schraubhölber auf einmal dabei. Ja, keine Ahnung. Granate. Ist noch gesehen. Oh. Der hat doch immer noch einige geworfen. Der Sack. Die Sau. Vielleicht in dem LKW hier. Den Sicherungskasten stöpseln Sie einfach in den Trafo ein. Ich markiere Ihnen die Stelle. Und wenn wir Glück haben, und es klappt, erstrahlt der Times Square, als wäre er wieder voller Tourismus. Oh, kacke. Hm. 100 Meter. Rechnen Sie nicht mit einer Entschädigung, wenn Sie sich den Rücken kaputt machen. So, das ist, wenn wir das Schwaber und er hat. Äh, legen wir nochmal ab. Oh. Oh. an der seite befindet noch einer ja der ist rechts rechts kommt okay kipfchen in die außenrum gehen langsam kollege das ist ja mitten auf dem timesquare hier eine von links ja ich gehe da einfach mal Ach, muss ich hier auffallen. Ah, kriegst du schon wieder kaputt. Sehr gut. Super. Was denn? Du bist echt spitze. Gut machst du das. Mach weiter schon. Ja. Ja, super. Ich muss die ganze Zeit Arbeit machen hier, ne? Für die Sicherung. Weil es ja noch einer. Ja, hallo. Was? Die Scheiße, die doch nicht aktivieren, oder was? Äh, hier kommt was. Irgendwas dickes. Obermunition. Ah, da, ich hab's schon. Muss kurz holen. Oder komm, hey. Ich hab's noch mal kaputt. Ah, ich wollt grad das, das Ding aufstellen. Äh, das ist die mobile... Weg! Oh mein Gott, teilweise ist die Steuerung echt so beschützt, ne? Wo ist der Dicke? Ich hab keine Angst vor euch! Da ist er doch kaum. Scheiße, Granate! Gut. Ich hab' immer Granaten fahren lassen, ha? Idiot. Leider können Sie nicht sofort verschwinden. Sie müssen noch einen Moment da bleiben und abwarten, ob alles richtig hoch fährt. Tut mir leid. Die Stellung ist exponiert. Die Rikers sind nicht dumm. Sie werden kommen. Und nach allem, was Sie auf dem Weg hinein angestellt haben, werden die Blut sehen wollen. Ich hole noch Moni. Oh. Weißt du schon? Ach, da hinten. Ausm Kaufhaus. Ausm Cordi wie jemand. Haha. Aber das gibt's doch gar nicht in New York. Na, nach Berlin. Das stimmt. Haben wir noch Schleichwerber gemacht. Baumköpfchen. Weitere Feinde entdeckt. Mumbeln! Ich hab 200 Schuss für 3 Leiter. Äh, rechts. Äh, hinter uns. Ah, der Granaten-Johnny ist auch dabei. Au! Äh? Wollt man fast hin? Sniper-Boy. Äh, ja, hängt sowas. Weitere Feinde entdeckt. Ja, genau der. Sniper tot. Da ist noch einer. Da ist noch ein Sniper. Jetzt hauen wir noch ab. Noch mehr hier rechts. Ach, da haben einfach so neue Gegner gespawnt. Einfach so. Auf die Schnelle. Hahaha. Ach, kacke. Das war's. Da ist noch ein Sniper links. Äh, rechts, Entschuldigung. Da ist noch ein Sniper. Ach, da ist noch ein Sniper. Das war so schief. Sniper hat mich fast umgerufen. Was schießt du? Da ist noch ein Sniper dahinten. Ja, der schießt das Gebäude zum. Ja, der schießt da auf den Typen. Der schießt immer Granaten drinnen. Da ist noch ein Sniper. Oh, oh. Oh, oh. Das war knapp. Oh, jetzt nur noch der Sniper da. Komm. Hüpfchen hoch. Oh. Jetzt hat er mich auch noch vermischt. Er warst du? Nö, ich war wieder am Leben. Ich glaub, der hat mich auch noch vermischt. Ich hab mich totgemacht und eine Mission war so. Sieht wieder wie der Times Square aus. Lauter Leichen drauf. Ja, wie immer, ne? War schon immer so. Ja. Es sind keine Touristen, das sind Leichen. Hier gibt es ein blaues leuchtendes Ding. Hämmer mit. Hämmer mit. Hast du dir sicher, da bin ich drin oder was? Ja, hier gibt es wieder, äh, iPads und iPods. Ich denke, kein Handynetz mehr wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Hämmer dort durch? Nö. Hämmer. Oh nein. Hämmer. Die Displays halten ja viel aus. Leck um mir. Das ist ja... Alte-Pack-Zeug. Äppel. Es passiert einfach nix. Ich hab ja gar ein Streifen, wenn du eine schießt, aber... Ist das nur an? Ich hab keinen Durchschuss. Jetzt? Ich will doch gar nicht diese. Wenn wir da anschauen. Aber wir sind interessant, dass die Dinger nur... Oh, guck mal dazu, den Fernsehausgeschoss. Dass die nur immer gingen, obwohl ich schon seit... Ewigkeiten, ja. Was? Keiner mehr. Was denn? Dass dieser Krieg verherrscht. Wer darfst die nur immer rennen? Ach so... Was denn halt? Ach toll, das ist auch eine Werbung. Gut. Na gut, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Wiederschauen. Hoi gehauen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.